Oh ja. Oh ja. Sind die so OP hier. Ja, brutal. Brutal. Ich warte auch noch aufs neue Siedler. Es sind zwei. Alles gut. Ich werde es auch spielen. Definitiv. Ich gebe mir das mit euch. Aber heute spielen wir erstmal eine Runde 4. Runde 4. Siedler 4. In diesem Sinne herzlich willkommen, liebe Zocker-Lounger. Let's go. Wir machen weiter in den Punischen Kriegen. Mission 8. Und los. So, was haben wir? Wir haben uns mit unseren Schiffen hier schon ein bisschen nach oben durchgekämpft. Da sollten wir hin und da sollten wir vor allem unsere Truppen hinbringen. Und das wird noch ein bisschen dauern, befürchte ich. Denn hier sind ja auch noch überall Katapulte am Start und so. Da bestimmt auch, oder? Das habe ich schon weggeschossen. Okay. Mit dem habe ich vorhin was getestet. Das können wir gleich zurückziehen, weil das hat zu wenig Munition dabei. Ähm, ja. Sonst, ähm, Munition allgemein haben wir ja schon gestoppt, weil wir überhaupt keine Steinproduktion haben. Also so wirklich. Noch drei Steine mit seinen Bau. Aber ich habe gesehen, ich kann hier noch irgendwo eine Werft setzen. Und das sollte ich auch tun, damit die einfach mehr reparieren können. Was ist mit dem hier? Du bist noch ganz gut, aber du kommst nicht da hoch. Na, hier war noch ein Schiff. Richtig. Ja. Richtig. Au. Au, 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 au. So. Ist schön, dass das Angeschossene hier Munition hat. Und das hat auch Munition. Und es ist offensichtlich, wird ja auch noch Munition hier hingetragen. Ähm, warum? Hab ich, ich habe euch, ich habe euch doch ausgemacht. Mensch, da kommt noch mehr Munition. Das ist wohl alles noch nicht so lange her. So, jetzt kommen auch mal ein paar Siedler raus. Das ist schön. Und irgendwie Steinminen, das wäre es halt noch, ne? Da hinten haben wir auch noch ein Kriegsschiff. Aber mit dem können wir leider nicht so viel anfangen. Was sollte man eigentlich tun? Was war die Aufgabe? Besiegen sie die Kartager, das Goldlager und das Schüttgutlager. Dein Codewort findest du unter den Warenstapeln im Nordwesten beim Goldlager. Okay. Hm. So. Hallo Rubio. Das ist die letzte Kampagne, Bundische Krieg. Ist, glaube ich, nicht die letzte Mission, aber wir sind ziemlich am Ende. Und haben wir ja gesagt, danach spielen wir dann Eisenherz, die Wikinger-Kampagne. Mal gucken. Natürlich, nach wie vor alles blind. Kenne ich alles nicht. So, wir haben hier ein Schiff. Wir haben gleich hier noch eins zum Mitschießen und wir haben hier oben eins. Damit könnten wir doch da mal versuchen, den Wikinger anzugreifen. nicht. Oh Mann, und das sind zwei. Ist das richtig? Also kannst du auch gleich wieder zurück. Sonst gehst du hier nur drauf. Scheiße. Dann baut mir hier noch zwei Kriegsschiffe. Es hilft nichts. Nichts. So. Was habt ihr gebaut? Das ist sehr sinnvoll. Nicht, weil hier den Bärgen ja auch nichts ist offensichtlich. Ah, Mann ey. Ja komm, lass mal mit Türmen. Hier unten vielleicht noch. Gehen da Gebäude rein? Nee, die Kakteen. Alles scheiße. So. Munition. Geht mir ja fast die Munition aus, bis ich da irgendwie durch bin. So ein Dreck. Fähre mal aus dem Weg. Und dann hab ich Säckel natürlich die Wohnhäuser hier ans Wasser gebaut. Das ist super dumm. Da würde noch einer hingehen. Bauen. Könnt ihr euch eigentlich auch die Munition, die da rumfliegt, könnt ihr euch die eigentlich auch einsammeln? Geht das? Könnt ihr euch die holen von dem Katapult? Nee. Offensichtlich nicht. Ja, egal. Wenn wir, ihr könntet beide schießen, also dann kommt mal her. Und die nächsten zwei gehen zum Reparieren. hier zwei reicht nicht. Hallo, Lataniel, grüß dich. Nur mit die mal abholen. Ja, das ist, das ist viel zu aufwendig. Da hab ich schon kein Bock drauf. So, Baustellen habt ihr dann mal fertig. Dann machen wir hier noch Munitionslager hin. Zwei Hämmer. Nächster Berg. Ziemlich bescheidlich. Der muss doch, irgendwo muss ich doch da durchkommen. So, pack mal da hin. Nee, die hab ich freigeräumt, ne? Alter. Der hilft nix. Müssen erst die da unten weg. Schießen beide. Das war nicht der Plan. Flüchte. Du kannst nicht mehr flüchten, du bist tot. Hm. So. Wie schaut's hier aus? Okay. Dann weiter. hab ich auch das Gefühl, man muss die einfach mal ein bisschen bewegen, dann sind sie plötzlich geheilt. Nö. Oh, Mann. Truppen absetzen. Wollen wir mal ein Angriff mit drei Schiffen. Feuer. 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 Nee, so OP hier. Ja, brutal. Brutal! Ja, ich habe 57% Kampfkraft. Das kommt noch dazu, ne? Uff. Haben wir Gold? Nein. Haben wir nicht. Wir könnten hier unten noch Werften bauen, oder? Lager fertiggestellt. Gut, mach mal Muni. Ich befürchte, mir geht hier auch der Stein aus schneller, als ich gucken kann. Was? Das war ne alte Meldung. Da baust du mir auch noch ein Kriegsschiff. Hier baut man vielleicht auch noch eins. Das zu grün wird schon passen. Ihr seid grün. Klicke ich die nicht an die richtige Stelle? Ich weiß es nicht. Du bist grüner wie der andere. Eindeutig ein grün Wähler. Ich könnte hier einen Haufen Blechtruppen produzieren. Will ich das? Ist das so gewollt? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? So. Feuer. 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 Er ist nicht da rumfahren. Gut. Und zurück. So, und dann haben wir da oben noch Katapulte, die weg müssen. Wie klar. Und bestimmt steht hier auch alles voll, also muss ich aufpassen. Mal hin, mal. Mal hin, mal hin. Ist das weit genug weg, dass die da... Ah, das könnten wir mal ignorieren vielleicht. Du bist voll, dann komm. Noch eins. Wie schaut's hier aus? Repariert? Nicht wirklich. Hier baut auch mal eins. So. Päre kommt schon mal hier hin. Wie greife ich jetzt die am dümmsten an? Warum zeigt's mir eigentlich die Ingame-Zeit nicht mehr an? Welche Taste war das? Irgendwas haben sie wieder gefixt bei Settlers United. Ich würde die Zeit nicht mehr einblenden. Okay. Das sind vier Stück. Okay. Ja, hilft ja nix. Komm drauf jetzt. Schieß halt mal. Feuer. Immerhin schießt ihr beide auf einen. Das ist doch schon mal was. Du schießt vielleicht noch mal. Komm, komm, komm. Jawoll. Gehen da. Oh nein. Nein. Wie jetzt da unten auch. Die sind nicht ganz so stark, hm? Die Wikinger. Zurück. Da ist einer repariert. Vor mir dir. Du bist auch gut. Vor mir dir. Lad du mal ein. Bau du mir dann mal. Ne, das machen wir hier unten. Noch fünf Fähren oder so. Keine Ahnung. Wo Truppen absetzen, Morbus Willi? Handelsschiffe? Was? Einer trollt. Das lief klar. Ganz ordentlich. Da probieren wir das jetzt hier gleich nochmal. Wo schießt der? Nee. Und hier schießt beide auf einen, das ist gut. Truppen machen die Balliste auch kaputt. Ja, aber die kriege ich ja gar nicht getroppt, meine ich. Da ist das Handelsschiff ja schon vorher tot. Aber gut, die sterben Gott sei Dank relativ zügig. Komm. Jawoll. Nicht mal eins verloren. Dann zurück mit dir. Und dafür du hier hin. Und du bist auch wieder gut. Also darfst du auch wieder kommen. Und ihr. Du darfst an die Front. Du nicht. Was hab ich jetzt hier gebaut? Handelsschiffe? Was hab ich jetzt hier gebaut? wo können wir an die Küste ran? Oder sind die jetzt auch überall mit Ballisten voll? Das gibt's doch nicht. Die haben auch keine KK. Ja, da müsste ich mir noch mal was freischießen. Da unten am besten. Keine Steine mehr. Ah, jetzt geht das schon los. Aber hier sind welche. So. Da wird schon geschossen. Das war nicht der Plan. Eins ist tatsächlich weg. Oh ja. Und dann, Ladies und Channelmen, haben wir einen Landepunkt. Geht doch. Dann verzieht euch. Hier dürfte mal da bleiben. Und jetzt habe ich natürlich keine Fähren. Blöd. Ich weiß nicht. Sollte ich hier Waffen produzieren? Was war denn das? Wo kommt denn jetzt hier Thor's Hammer her? Schon wieder? So, vorsichtig. Sind wir hier im Feindgebiet? Glauben nicht. Glauben nicht. Okay, also hier können wir sie sammeln. Meine Kampfkraft macht mir echt wenig Sorgen. Dann stellen wir jetzt auch keine Munition mehr her. Stop. Sch 1987-평-D. So, mal vendors. Nach Somit sí. Schönen! Ach, schönen! Sorry. Untertitelung des ZDF für funk, 2017